Hoi, 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 wir springen zu all den Dingen, die verschollen sind hier in Let's Play 6.0. Ach du meine Güte, schon beginnt hier so ein Rambazamba. Ich dachte, wir hätten das letzte Mal irgendein Kapitel hier zu Ende gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt hier los ist. Schau, wie nett von ihnen, ein Einfangs- äh was, ein Empfangskomitee. Ach, weißt du was? Tuse, lass mich bitte in Ruhe, ja? Ich dachte hier schon, hier würde irgendwas Positives kommen, aber nein. Das tut es nicht und die Punkte, die rennen mir auch noch weg. Da, tschüss. Tschüss, einfach tschüss, tschüss, tschüss. Oh Gott! Was ist denn? Was ist denn? Also irgendwie... Ach stimmt, wir sind das letzte Mal durch dieses Tor hier gegangen. So war das, aha. Weil ich habe mir jetzt nämlich eine Sequenz oder sowas erwartet. So ein... Es war einmal vor langer Zeit. Ja, nicht so langer Zeit. Irgend so was habe ich mir jetzt gerade erwartet. Da, geh weg. Also diese Perspektive, die ist richtig cool. So. Die ist richtig cool. Die ist jetzt so von 2D so in 3D irgendwie... Oh, nein. Nein. Rübergegangen. Und Voll-Auto-Action habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Hui. Was? Nein. Lass mich in Ruhe. Was die Tuse hier... Nein. Was die Tuse hier eigentlich gesagt hat. Komm. Nein. So, wir fackeln dich ein bisschen ab. Oh Gott. Was sind das denn für Typen? Wo dann in mir die Punkte weg? Hallo, Punkte. So, ich renne jetzt einfach den Punkten nach. Das ist mir jetzt alles... Komm. Le, 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 le. Kommt mir egal. Da kommt... Oh, das kann es doch nicht sein, ne? Ihr Kack. Punkte, ihr. So, jetzt möchte ich aber gerne wissen, wo was ist. Ich drehe schon hier mit der Kamera so ein bisschen rum. Um, 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 um. Oh. Eine, eine, eine höchste Form der Technologie. Windräder. Ich werde, ich werde bekloppt. Oh, nein. Wie war das? Aui. Noch einmal. Oh, was? Ah, zu schießen. Pa, einerseits... Einen Punkt renne ich hier weg. Die anderen rennen mich hier weg. Also können die sich bitte mal entscheiden, welche Richtung sie rennen? So doppel kann es, so doppel gemoppelt kann es nicht sein. Oh, ein Haus mit einer Rakete. Cool. Oh Gott. Hier soll ich... Ach, ist das so ein fett Klops? Hi. Nein. Es stinkt normaler Klops. So, jetzt frage ich mich, wo ich hier eigentlich, äh... Okay. Wo ich hier eigentlich die Schätze finde, das wollte ich eigentlich mir so, so ein bisschen, so ein bisschen wissen. Aber vielleicht ist das nicht einmal so von nöttern. Oh, na, wie hübsch. Ich dachte, dass da Punkte wären, aber nein, dem ist nicht so. Kann man eigentlich die Musik gerade hören, die im Hintergrund ist? Ich glaube, eher so wenig. Ich habe nämlich letztens versucht, die Musik ein bisschen lauter zu stellen. Aber ich weiß nicht, ob das so klappen wird, wegen dem YouTube-Claims-System. Tralala. Wartet mal. Ich will gehen jetzt mal durch. Äh. Was soll ich jetzt hier tun? Ach so. Ach so. Äh. Nun gut. Äh. Da kannst du loslassen. Wir können hier hoch. Oh Gott, da ist ein Fass mit einem... Mit einem radioaktiven Zeichen drauf. Dann wird sterben. Komm her. Ich möchte hier nach unten. Warum geht das nicht? Ah. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Wunderbar. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt möchte du euch. Warum geht das nicht? Oh. Was? Spiel? Hör auf mich, wahnsinnig zu machen. Wie soll ich hier durchkommen, ohne dass ich etwas sehen kann? Okay. Kann ich hier hoch? Bitte. Wieso kann ich hier jetzt nicht hoch? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Y. Drücke ich doch. Okay. Und wie wäre es mit jetzt drauf springen? Und jetzt hier rüber? Juhu. Ach, haje. Das sind ja noch mehrere Punkte. Deswegen das ganze Trara hier. Wegen den Punkten hier. Das Spiel möchte offensichtlich, dass wir alle Punkte einsammeln. So, jetzt ist die Frage nur noch. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh. Ich brauche den Stein trotzdem noch, um da drüber zu kommen. Das wird ja mal wieder was. Gut, komm. Komm. Mein kleiner Freund. So. Kann man hier hoch? Ja. Indiana Jones lässt grüßen. Und was ist hier? Wahrscheinlich gar nichts. Weil hier unten sehe ich keine Schätze. Aber warte mal. Wir versuchen hier einfach mal was. Nein. Okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Sonst verpasse ich hier wieder mal was. Nein. 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 Nein, ihr kriegt mich doch alle nicht. Was habt ihr mit euren Kanonen? Dafür gibt's Haue gleich. Dafür gibt's gleich ein paar Haue. Was? Wahrscheinlich soll ich hier runter, was? Äh. Machen wir mal so. Punkte. Oh. Nein. Wir werden hier richtig gemein angeschossen. Okay. Wisst ihr was? Feuer machen wir jetzt an. Lass mich durch. Danke. Okay. Wo bringt uns das jetzt hier nun mal hin? Oh nein. Schon wieder irgendwelche. Oh. Geh weg. Finde den Hebel, der das Tor öffnet. Schön. Wie soll ich denn das machen? Hallo? Ich möchte hier rein in die Tür. Wahrscheinlich ist es hier drinnen oder so. In irgendeinem Gebäude. Aber ich wette, nein. Ich wette, hier, hier, genau da. Hier, hier irgendwo. Da. Nein. Hier gibt's keine Kanonen. Kanonen werden hier überbewertet. Ich hab selbst keine. Ich hab hier nur irgendwelche Schwing... Schwingdingsbumsteln. Ich wette, ich geh's runter. Hm? Bin ich nicht gut? So, jetzt ist die Frage, wo es das hinbringt. Aha. Okay. So kommen wir hier wieder hoch. Und da ist schon der Hebel. Da. Rambazamba. Hier unten kann man auch noch hin. Ich weiß, dass man da hin kann. Und warum wusste ich das? Weil hier sich ein Schätzele findet. Der rumgeschafft, freigeschalten Schatzsucher. Wahrscheinlich haben wir eine gewisse Anzahl von Schätzen hier gerade gefunden. Da. Gib mir deine Punkte. Da ist hier unten irgendwas. Nein, das sieht mir wie ein heftiger Abfall aus. Wie ein Abfall? Nein, eher wie ein Abgrund, wollte ich eigentlich sagen. So, ich hole mir erst einmal die Punkte hier. Denn ohne Punkte geht nix. So. Gut. Jetzt gib mir deine Punkte und lass mich zum Hebel. Hör zu lachen. Das steht mir nicht. Erst einmal Punkte einsacken. Bevor sie mir wieder in alle Richtungen verschwinden. Kinderleicht. Haben sie nicht mehr drauf? Wahrscheinlich kommt jetzt der über-super-duper-mega-Boss, der mich in alle... alle 15 Hälften halbiert, die ich überhaupt, äh... aufweisen kann. Lass mich da hoch. Wie komme ich denn hier jetzt hoch? Ach, verdammt. Kann man hier nicht irgendwie hier hoch? Was ist denn hier? Nein, das wollen sie auch nicht. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie wieder zurückkommen. Wo war das denn? Hier? Ja. Jawohl. Hier war das. Komm. Äh. Zack. Bitte nicht so peinlich anstellen. Ja. Oh. Oh. Ich sagte nicht peinlich anstellen. Nicht dämlich. Worauf es eigentlich so oder so hinausläuft. Ach so. Und da wir jetzt aus den Höhlen rauskommen, wird es hier auch plötzlich Tag im Spiel. Oder sowas. Gut. Ja, ja. Rambazamba hier. Lass mich hier einfach durch. Ja. Beinchen brechen gibt es hier nicht, denn da ist ein Mega-Anzug an. Bei dem geht das nicht. Oh, da laufen die. Gubbel, gubbel. Oh. Oh. Na komm her. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Da. Oh. Ich wollte eigentlich wegspringen. Warum hat das nicht funktioniert? Ich mach jetzt Schuss für Schuss. Damit ich zur Not wegspringen kann. Nein, ich weiß, dass du gleich springen willst. Was? Ich sterbe, wenn ich... Was? Der kann sich da einfach so blocken. Oh Gott. Das ist doch nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe. So. Ja. Gubbel. Na komm her. Na. Wird das was mit der KI? Gubbel. So. Und jetzt. Was? Oh. Nicht so nah an den Rahan. X-Rack. So. Jetzt weg. Und jetzt jetzt anschießen. So funktioniert das. Jetzt weg. Jetzt weg. Ja, jetzt hat's funktioniert. Ja, ja. Oh. Da fliegt dein Aleph Teile, die ihnen die Anatomie geschenkt hat. Was? Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Die haben alle Kanonen. Bäh. Bäh. Guck dir das an. Da. Hackbraten. Rostbraten. Such dir was aus. Wer kommt her? Also diese Punkte, die nerven. Dass die nicht einfach so fallen können oder so. Nein. Sie müssen wegrennen. Sie müssen weg. Aha. Oh. Ach so. Ich bin doof. Ich bin doof. Da. 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 Da komm her. Da. Was? Level-Aufstieg kriege ich jetzt ein paar Lebenspunkte dazu. Bam. Bam. So. Das gefällt mir irgendwie nicht, weil... Fühlt sich eigentlich die Lebensleiste ein bisschen auf? Das Herzchen ist seit der Herzchen links oben. Das schlägt so ein bisschen. Okay. Guck dir das an. Ich bin mitten durch das Gefecht. Und irgendwie nichts trifft mich hier irgendwie. Der Schuss hätte mich eigentlich treffen müssen, aber egal. Uh. Was für ein... Was für Technologien. Klimaanlagen. Was für einen Hebel. Erstmal muss ich hier gubbelgubbel frei alles machen. Da. Verpisst euch. Was? Wieso werde ich hier schon wieder getroffen? Das kann es doch nicht sein. Apropos, das sind nicht nur Punkte, das sind Lebenspunkte. Guckt euch das an. Ich habe wieder bis auf ein Herz verloren. Also an Lebenspunkten verloren. Und... Gubbel, lasst mich hier durch. Gubbel. Okay, warte nicht. Ich muss hier irgendwo nach unten. Nein, Erdbebenhilfe hier nicht. Bambaramba. Machen wir Feuer. Surfingbus. Was ist jetzt hier nach unten, oder? Oder hier? Nein, das wollen sie auch nicht. Also. So, wo geht es denn hier überhaupt lang? Ich will hier schon wieder den nächsten Hebel finden. Aber wo? Hier war noch dieser komische Boss. Gubbels, könnt ihr mir helfen, einen Hebel zu finden? Geht das? Finde einen Hebel. Das war doch der eine Hebel da. Hm. Ist das ein Hebel? Nein. Sieht mir nichts aus. Hm. Da! Bah! Okay, gut. Also hier wollte nichts einbrechen, so wie ich das hier gesehen habe. Ach, hier ist ein Gegner. Vielleicht sollte ich mal hier runter irgendwie. Wahrscheinlich muss ich da lang irgendwie. Wie komme ich denn hier runter? Kann ich hier durch? Nein. Ach, jetzt auf einmal. Ach, jetzt auf einmal. Oh! Oh, was für's Kiel. Da, jetzt hat sich meine Lebensanzeige total aufgefühlt. So, wie komme ich hier jetzt durch? Wisst ihr was? Katja! So komme ich hier durch. Oh! Oh, schon wieder. Auf der Suche nach der verlorenen Bundeslade sind wir hier. Okay, hier wird es langsam dunkel. Dunkel. Obwohl es Tag ist, scheint mir hier der grelle Schein des Mohnes ins Gesicht und blendet mich. Was ist das schon wieder, Finder? Ja, ja. Okay, das war mehr Glück als Verstand. Ich bin einfach durchgehüpft. So, gibt's irgendwelche Gefangene, die ich befreien muss? Was bist du? Nein. Das will sich nicht befreien lassen. Und das auch nicht, weil das irgendwelche Ofen sind, die sowieso komplett ohne Bedeutung sind. Was? Wir rennen hier durch. Was ist denn? Was ist denn das hier schon wieder? Würdest du ein Riesel darstellen? Ich hab ne Idee. Was ist das denn? Zünde die Fackel in der richtigen Reihenfolge an. Wie soll ich das machen? So. Oh Gott. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Nur ob ich mir das jetzt auch merke. Noch einmal. Noch einmal. Ich hab's gleich. Okay, wir versuchen das jetzt einmal. War das... War das so? Und das alles ohne irgendwas aufzuschreiben, ne? Alles ohne aufzuschreiben. Alles selber gemacht. Okay, jetzt müssen wir den ganzen Weg gleich zurückrennen. Wenn sich da irgendwas geöffnet hat. Das find ich ziemlich cool. Was? Ich hab doch gewusst, dass hier irgendwelche scheinheiligen Gefangenen sind. Lass mich in Ruhe, du Krakenschädel. Ja, kämpft. Oh, nein. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Wisst ihr was? Nein. Wie soll ich mich hier von ihr verpissen, glaube ich. So allmählich. Verpisst euch. Verpisst euch. Okay. Okay. Funktioniert. Ah, gib mir Punkte. Gib mir Geld. Wo ist das Ding? Hier. Hier ist das Ding. Dieses Mal hatten sie es besser versteckt. Aber kein Grund, sich groß etwas einzubilden. Zeig. Dieses, was? Ich, wer auch immer du bist. Du liest dir das alles viel zu schnell. Ich komm da gar nicht mit, mit meinen Augen. Und mein Hirn ist recht nicht. Bitte, bitte etwas langsamer. Danke. Was? Kann ich hier nicht hoch? Why not? Ui, komm. Komm. Komm, du Karamba. Da. Was? Ui. Komm. Indiana Jones hat es auch hinbekommen, also kriegen wir es erst recht hin. So. So. Und es wird wieder Tag. In diesem äußerst zivilisierten Kaff. Oh, Federn. Da. Na? Ach, was ist denn das hier schon wieder? Nachricht außen Posten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also so einfach ist es nicht. Du weißt, ich glaube, ich nehme welche Feuer. Ich nehme hier Feuer. Ja. Ich pfeife drauf. So. Ich bin hier erstmal sicher. Na, erstmal hier hoch schießen. So. So. Oh Gott. Die drehen sich alle um. Na, wartet. So schwer ist es nicht. Die drehen sich jetzt alle um. Und geschafft. Gut. So schwer ist es doch gar nicht. Was panique ich hier rum? Oh. Was für riesen Rädern. Ihr seht aus wie Hornissen irgendwie. Ich hasse Hornissen. Hier wird es äußerst hübsch bunt. Äußerst hübsch bunt. Irgendwas tut das hier. Düdü, düdü. Was? 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 Oh, ich nehme jetzt das Feuer. Nein. Boah. Nein. Was? Ich bin zweimal gestorben. Das ist unfair. So. Ich pfeife auf die letzte Schablone. So. Dann gebt mir eure Punkte. Punkte leben. Sucht euch was aus. Ich möchte einfach sowieso alles haben. Wie immer in jedem Let's Play. Okay. Was ist das? NSX Tripod. Ist das irgendein Geheimcode der NSA? Weiß jetzt Obama, dass ich das Spiel spiele oder was? Ich denke, es gibt keinen Weg zurück. Ja, das denke ich auch. Wir wurden eingekesselt. Und werden jetzt zu einem Gratön gemacht. Mit dem... Mit dem Staubsauger X12000. Gubbel, sei still. Gubbel. Gubbel, du bist böse. Oh Gott. Der Staubsauger wurde auf uns aufmerksam. Oh, ich glaube, es ist ein Boss. Besiege den Roboter. Was? Was? Oh. Oh. Nein. Lass mich durch. Warum geht das nicht? Na komm, er schießt auf mich. Tü, 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 tü. Oh. Na? Na, spring auf mich. Oh. Falsche, falsche Idee. Oh nein. Okay, ich verstehe, wie er funktioniert. Ich verstehe, wie er funktioniert. So schwer ist es überhaupt nicht. Aber... Was? Wisst ihr, was mich hier stört? Nicht, dass ich es nicht kann. Sondern, dass... Dass... Dass er erst seine Angriffe zu Ende machen muss, bevor er irgendwas anderes macht. Komm, Gubbel, Gubbel. Jetzt kommt Gubbel, Gubbel. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jetzt sei ruhig. Was? Na? Jetzt spring. Okay. Genau. Komm. Tü, 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 tü. Ganz genau. Oh. Oh, das hat mich doch getroffen. Zack, steh auf. Ich hab sowas keine Zeit. Komm, schieß. Na? Komm. Nein. Nein. Na? Oh. Hat schon. Oh, prima, Ballerina. Ich reiß dir den Dödel ab. Oh nein, das Ding kann jetzt auch fliegen. Was? Das bringt dem Ding aber nicht viel. Na komm. Na komm. Also der Kampf ist jetzt wesentlich einfacher, meiner Meinung nach. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na? Sag, hör auf deinen Mund da und aufzumachen. Das sieht irgendwie komisch aus. Ach, jetzt bist du wieder in deiner alten Form wieder da. Dump, der Ramp. Nein. Nein. Na? 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 Oh. Tja. Komm her, nur noch einmal. Was? Oh. Komm, nur noch einmal. Uh. So. Das nennst du Boss-Taktik. Oh. Fackel den noch ab. Fackel den noch ab. Oh. Da ist Mr. Wannabeer Botnik in die Luft geflogen. Da öffnet sich das Maul des Grauen. Und wer muss hinein? Zack Zero. Der Kämpfer. In dem blauen Neonanzug. Der Zukunft. So. Oh ja. Ich brauche ein bisschen... Ihr gubbels. Ihr seid so doof. Schlägt falschen Alarm, ihr dummen Vögel hier. Oh. Level abgeschlossen. Was für eine Überraschung. Allgemeiner Punktestand. Haben wir hier schon wieder irgendwelche Statistiken? Schätze, zwei von drei. Ich weiß nicht, wo der dritte gewesen ist. Ist mir auch im Moment recht egal. Weil ich im Prinzip jetzt sehen möchte, wo sich diese Marlene jetzt auffindet. Dieses Gubbelgebiet. Ich frage mich, ob es noch andere Gegner geben wird als Gubbel. Und ich bin auf wesentlich... Eventuell wesentlich schwierigere. Passkämpfe gespannt. Ich meine, hier muss man ja nur so leicht so eine kleine Minitaktik herausfinden. Und schon funktioniert das Ganze. So. Ich mache jetzt für mich eine ganz kurze Aufnahmepause. Ich weiß nicht, ob der Part zu Ende ist oder nicht. Das entscheide ich immer erst später bei der Bearbeitung. Und ja, wir sehen uns bald wieder.